Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Statistik gibt detaillierte Einblicke in Kryptogeldbetrug. In den USA verlieren die meisten Menschen ihr Kryptogeld bei Investmentbetrügern. Je älter die Opfer, desto höher die individuellen Verluste. Die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde, FTC, Federal Trade Commission, hat in einem Bericht Details zum Betrug mit Kryptowährungen vorgestellt. Demnach haben in den USA seit dem Jahr 2021 über 46.000 Personen einen Betrugsfall gemeldet. Die Verluste belaufen sich seitdem auf mehr als eine Milliarde US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen. Das ist schon eine heftige Summe. Mehrere Milliarden. Ja, also zumindest mehr als eine Milliarde. Und das alleine in den USA, wo dieses Safety Trading, was wir hier am Telefon immer wieder haben, gar nicht erst die Frage ist, weil das ist verboten. Kryptowährungen hingegen nicht. Am häufigsten wurden Betrüger mit Bitcoin bezahlt. 70% aller Zahlungen. Da muss man sich allerdings schon mal die Frage stellen, wer hat so alles Bitcoin rumliegen? So viele Menschen werden das ja nicht sein. Demnach werden die Opfer meistens dazu bewegt, eben das normale Bargeld, was man besitzt oder das Geld überhaupt, in Bitcoin oder eine andere Kryptowährung zu tauschen. Das kennen wir hier aus den Videos ja auch. Die am häufigsten verwendete Betrugsmasche beinhaltet Investmentgeschäfte. Umgerechnet 575 Millionen US-Dollar verloren die Opfer dabei. Auf Platz 2 erfolgt der Betrug im Rahmen romantischer Beziehungen. Auf Platz 3 und 4 erfolgen Betrugsmaschen, in denen sich die Betrüger als Geschäftsleute oder Behördenmitarbeiter ausgaben. Bei den Betrugsfällen im Investmentgeschäftbereich sieht die FTC, also die Behörde aus den USA, mehrere Faktoren, die es als Betrügern leicht macht. Viele Opfer lassen sich von den Renditversprechen blenden. Hierzu kommt ein fehlendes Verständnis dafür, wie Kryptowährungen überhaupt funktionieren. Also vom Prinzip her genau das, was ich euch jedes Mal in den Videos hier auf dem Kanal erkläre. Wenn man da keine Ahnung von hat, sollte man definitiv auch die Finger davon lassen, in solche Geschäfte zu investieren. Denn nur wer weiß, wie das Geschäft überhaupt funktioniert, kann sich gegen Betrüger nur ein bisschen schützen. Natürlich gehört hier noch ein bisschen Intelligenz dazu, dass man eben auch raushört, dass der Betrüger, der da an der Leitung sitzt, kein Geschäftsmann sein kann. Das hört man hier auf dem Kanal immer wieder. Aber es wird auch sicherlich den ein oder anderen Betrüger geben, der schon ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da tut. Und dementsprechend kann er dann ja auch seriöser wirken. Von daher sollte man Minimum, wenn man überhaupt sich mit dem Thema beschäftigt, sich auch ein kleines bisschen damit irgendwie auskennen. Viele Opfer scheinen nicht zu wissen, dass Kryptotransaktionen, anders als bei der Bank, nicht ohne weiteres nachverfolgbar und rückgängig gemacht werden können. Das heißt, ist das Geld weg, ist es weg. Man kann einfach bei einem Kryptowallet nicht mehr nachvollziehen, wer das Geld nun hat. Spätestens, wenn man es von Kryptowährung A in Kryptowährung B als Betrüger getauscht hat und von Wallet auf Wallet übertragen hat, vielleicht auch noch von Name zu Name, dann ist das Geld definitiv absolut spurlos verschwunden und ihr könnt das Geld nie wieder irgendwie zurückholen. Je älter die Opfer, desto höher die individuellen Verluste Teilweise lassen sich Verluste bei Kryptogeldbetrug tatsächlich ohne Umrechnung in US-Dollar messen. Eine Masche ist beispielsweise, dass Opfer Bargeld in einen Kryptogeldautomaten in ihr Wallet einzahlen und das Geld anschließend mit Hilfe eines QR-Codes an die Wallet der Betrüger transferieren. Also ja, in den USA gibt es tatsächlich schon sehr, sehr viele Geldtauschbörsen als Automat. Also wie euer Bankautomat von der Sparkasse, Volksbank, was es da so alles gibt. Und ja, im Grunde genommen steckt man einfach nur seine beispielsweise Volksbankkarte in den Automaten und tauscht sie dann direkt auf euer Kryptowallet. Hierzu braucht man in der Regel nur einen QR-Code, manchmal einen USB-Stick. USB-Sticks aber eher weniger an Automaten, da sind es dann eher die QR-Codes, wo man das Geld direkt auf dem QR-Code, den man selbst besitzt, ja, auf das entsprechende Wallet überträgt. So einfach geht's. Hier bei uns in Deutschland ist das alles noch nicht so fortgeschritten und hier gibt's meines Wissens nach auch keine Kryptogeldautomaten. Allenfalls vielleicht in Großstädten wie Berlin oder München das ein oder andere Café, was vielleicht schon Bitcoin als Zahlungsmittel annimmt. Je älter die Betroffenen, desto höher sind die individuellen Verluste. Opfer in den 70ern haben in den Medien fast 12.000 US-Dollar verloren. 20 bis 29 Jahre alte Opfer haben hingegen im Durchschnitt so 1.600 US-Dollar verloren. Individuelle Verluste gemeldet von 30 bis 39-Jährigen sind so durchschnittlich 2.500 Dollar. Also ist eine Menge Holz. Kann man ja so ungefähr Pi mal Daumen Euro umrechnen. Wahnsinn, was die Leute da einzahlen. Da sind wir hier mit 250 Euro ja noch ziemlich günstig dran. Allerdings läuft dieses Betrugsgeschäft in Amerika noch ein bisschen anders als bei uns. Bei uns ist ja Safety Trading erlaubt. Und deswegen rufen die Betrüger auch grundsätzlich für Safety Trading an. Also mit dem kopierten Handelsmarkt und nicht mit dem echten Handelsmarkt. Das heißt grundsätzlich sollte man hier schon Vorsicht walten lassen. In Amerika ist das Ganze so komplett verboten. Und dadurch gibt es hier andere Betrugsmaschen als bei uns. Vom Prinzip her ist es aber genau das Gleiche. Euch ruft ein Callcenter an, machen euch irgendwelche Versprechungen, ihr überweist das Geld und danach meldet sich einfach nie wieder irgendjemand. Durch den zeitweise starken Anstieg der Wechselkurse von Kryptowährungen, gepaart mit der Beliebtheit von Kryptoanlagen, sind die Schadensummen in den vergangenen vier Jahren stark angestiegen. 2017 wurde noch ein gemeldeter Schaden von 12 Millionen US-Dollar verzeichnet. 2019 waren es dann schon 33 Millionen US-Dollar. Und im Jahr 2020 bereits 120 Millionen US-Dollar. 2021 stieg die gemeldete Schadenssumme sprunghaft auf 680 Millionen US-Dollar an. Im ersten Quartal 2022 lagen die Verluste bei den Opfern bereits bei 329 Millionen US-Dollar. Wahnsinn, über welche Summen wir hier sprechen. Und da reden wir ja auch nur über ein Land. Beziehungsweise, gut, Amerika ist groß. Aber die telefonieren ja nicht nur in dieses Land. Die telefonieren überall hin. Das hören wir ja immer wieder hier bei uns in den Betrugsversuchen am Telefon. In den Videos, die wir hier sonst immer so hören. Da bekommt man ja mit, dass da ganz, ganz viele Sprachen im Hintergrund gesprochen werden. Nicht bei jedem Callcenter kommt immer auf dessen Qualität an. Aber man hört es ja ganz, ganz oft. Oft haben wir es auch, dass die Betrüger hier direkt in Englisch anrufen. Das könnte tatsächlich auch wieder einer von denen sein, die ja entweder direkt in England sonst normalerweise telefonieren oder für die USA zuständig sind. Warum die hier in Deutschland anrufen, weiß ich nicht, wenn sie die deutsche Sprache nicht können. Aber so funktioniert es eben. Ein einziges Callcenter kann ja überall in die Welt telefonieren. Man muss nur ein paar Mitarbeiter sitzen haben, die die Sprache können. Naja, oder wenigstens ablesen können. Das haben wir ja hier auch ständig in den Videos. Einfach nur Wahnsinn, dass das überhaupt so einfach funktioniert. Da rufen euch Leute an. Die wollen von euch Geld. Ihr findet die Idee ganz toll. Überweist euer ganzes Geld. Und dann ist alles weg. Danach meldet sich nie wieder einer. Oder noch viel schlimmer. Das erste Mal ruft jemand an, kriegt von euch schon 1000 Euro oder 1000 Dollar. Ja, und dann ruft er später nochmal an und hat irgendwelche tollen Gründe, warum man nochmal nachfinanzieren muss. Und dann gibt es doch tatsächlich Menschen, die da trotzdem nochmal Geld einzahlen. Auch obwohl sie nicht wissen, ob das erste Geschäft sich überhaupt gelohnt hat. Tja, so ist das eben. Die Gier der Menschen ist eben unantastbar. Und die Leute, die wollen natürlich Geld verdienen. Und umso schwerer es heutzutage ist, an Geld zu kommen. Ja, umso besser klingen natürlich so wohlwollende Angebote, dass man quasi kostenlos Geld hinterhergeschmissen bekommt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiterhelfen konnte. Und vor allem auch weiter aufklären. So dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder eine andere dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle Menschen schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie die Opfer. Daher teilt sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Umfeld mit eurem, also im Chat. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!